Wenn merkwürdige Trailermusik auf MCU-Slapstick-Sprüche und einer doch eher Fortnite-esken Grafik treffen, dann sprechen wir wohl von Dragon Age Vailguard. Und wir sprechen vor allen Dingen von dem Untergang einer meiner liebsten Firmen, die leider auch in ihrem untoten Status noch immer Spiele herausbringen muss. Und die Hoffnungen sind nicht da, dass diese wunderbare Firma wieder zu ihren alten Wurzeln finden wird. Wenn wir von Dragon Age sprechen, dann reden wir vor allen Dingen von Dragon Age Origins, das mittlerweile vor 15 Jahren entstanden ist, aus der Feder von Bioware, die uns auch solche Spiele gebracht haben wie Mass Effect oder Star Wars The Old Republic. Alte Klassiker wie auch Baldur's Gate 2 sind halt deren Resümee gewesen, die mich tatsächlich in der Kindheit massiv beeindruckt haben. Und es ist sehr traurig zu sehen, wohin sie gekommen sind mit ihrem neuen Anthem Release und jetzt müssen sie, obwohl sie eigentlich als Firma nur noch im Korpus des EAs aufgegangen sind, wieder ein Spiel herausbringen, das den Namen eines geliebten Franchises, nämlich Dragon Age, benutzt, um eben nochmal die letzten nostalgischen Energien der Fans zu holen, abzugreifen und gleichzeitig doch ein modernes Publikum zu erreichen, das eben auch auf diesen Trailer, auf den wir ja gleich kommen werden, super reagiert und hoffentlich ganz viele Leute, vor allem die Fortnite-Peoples, mal so richtig schön abholen kann. Und das Ganze ist gespickt dann noch mit diesem süffisanten, schlechten Humor und dieser Musik, die mich einfach wirklich mehrfach dieses Video hat starten lassen, weil ich einfach schon allein wegen der Musik gebrochen bin. Doch bevor wir jetzt richtig in die Materie einsteigen, will ich einfach klar sagen, ich bin auch ein Dragon Age 2 Fan. Mir hätte es auch gereicht, wenn das Spiel wieder Richtung Dragon Age 2 gehen würde. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich Inquisition zum Beispiel gar nicht zu Ende spielen konnte. Als ich gesehen habe, dass es wieder so eine Point of Interest-Geschichte über Assassin's Creed wurde oder sowas, habe ich das Spiel sofort abgeschaltet, nachdem ich es mir natürlich auf sehr legalem Wege besorgt hatte. Allgemein muss man festhalten, dass Dragon Age immer ein sehr dunkles Setting hatte, sehr ernst war, wirklich auch politische Themen angegangen ist. Rassismus, Verfolgung, alle möglichen Dinge, die wirklich bewegen. Krieg natürlich auch, eben die Verdorbenheit des Menschen halt, weil er sich mit dunklen Energien einlässt, so wie wir es eigentlich in der wirklichen Welt auch sehr gut repräsentiert haben. Nur eben in einem richtig coolen, wirklich richtig dunklen, brutalen Setting. Und das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man jetzt halt diesen Trailer auch ansieht und wenn man verstehen will, warum sich Leute darüber aufregen. Denn viele würden natürlich sagen, ja, was willst du denn? Das ist halt neu, reg dich nicht auf. Ja, aber das Problem ist halt, dass das Setting, was halt dieses Franchise ausgemacht hat, halt nicht diese Basis hat. Und dahingehend muss man halt auch den Trailer analysieren. Man muss halt auch festhalten, dass für mich, und ich glaube auch viele Menschen, dieses Thema wirklich emotional ist. Bei den anderen Videos drehe ich oft einfach in die Augen und sage, ja gut, die Firmen halt wieder. Jeweil ist es aber wirklich so, dass diese Firma mich mit Baldur's Gate 2 damals und den anderen Spielen, die ich genannt habe, halt so stark in diese Welten, in diese dunklen, tiefen, auch eigentlich viel zu hohen Welten für mich als Kind hineingezogen hat, sodass ich was erleben konnte, was ich als Kind gar nicht realisieren konnte. Was mich aber trotzdem auf viele Weise dann stark geprägt hat. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, da geht es vielen so. Deswegen man damit schon mal die Ratio, die wir uns ja jetzt angucken werden, erklären kann. Viele Leute haben da einfach was anderes erwartet. Natürlich ist es dann wieder, ja, stellt euch mal nicht an, da stimme ich auch irgendwo zu. Aber man hätte ja auch einfach sagen können, mach nicht noch einen Dragon Age. Mach doch einfach ein anderes Spiel, nenn es anders. Mach es sehr ähnlich von mir aus, aber mach doch nicht diesen Namen drauf, so dass eben die Leute dann doch noch abgeholt werden sollen, die nostalgisch sind, dann gleich sich aber angeschnauzt werden, weil sie sich ja darüber aufregen, dass das Ganze sich nicht mehr anfühlt wie ein Dragon Age. Aber genug des Blablas. Wenn wir uns den Trailer angucken, dann sehen wir mittlerweile über 40.000 Upvotes und über 238.000 Downloads. Wir hatten uns ja schon viele Videos angeguckt, wo es um Downloads ging. Aber so ein krasses Verhältnis habe ich noch nie gesehen, wenn es um Computerspiele geht. Also da muss ich mich schon sehr irren, kann natürlich bestimmt irgendwas sein, aber das ist halt massiv. Wenn wir das so aufbrechen, dann ist das so ein fünffaches, sechsfaches an negativen, also an Dislikes zu Likes. Das ist schon massiv. Und das kann halt nicht einfach nur Einzelfall sein, das Einzelne, das schlecht finden. Und wenn wir uns den Trailer einfach mal, ich lasse ihn jetzt mal oben laufen, mal anschauen, dann erklärt es sich, glaube ich, auch von selbst. Ich kann leider natürlich nicht den Sound spielen, schon alleine die Musik, die dahinter liegt. Darüber könnte ich mich schon wirklich aufregen, bis zur Unkenntlichkeit. Dieser Trend, und das will ich nicht allgemein sagen, während der Trailer läuft, geht aber weiter. Er ist halt überall drin mittlerweile. Die Trailer-Musik wird immer schlechter. Ich finde, es geht immer mehr darum, einfach irgendwas Poppiges reinzumachen, irgendwelche komischen Popsongs da hinzusetzen, statt sich wirklich diesem Setting anzupassen und damit eine Atmosphäre, eine Immersion zu schaffen. Schon da kann mich dieser Trailer einfach nicht abholen. Das ist einfach so. Die Grafik, ich finde an sich, sieht die ja okay aus. Aber es ist tatsächlich so, wie viele andeuten, manche Charaktere sehen halt einfach komisch aus. Und andere Charaktere, ich bin zum Beispiel Varric, sehr gut. Und das macht natürlich das Problem auch aus. Außerdem werden die Charaktere halt alle so actionlastig dargestellt. Halt wie bei, und das ist ja oft aufgekommen, so einem Marvel-Universum. Darüber könnte ich über ihn wegsehen. Auch wenn man sich natürlich die Frage stellen kann, wie kann ein EA oder eine so renommierte Firma wie Bioware, auch wenn der Korf von Bioware schon lange weg ist, sich wirklich herablassen, so komische Divergenzen, sag ich mal, abzubilden. Und damit halt PR-technisch natürlich absolut in die Tonne zu greifen, um es ehrlich zu sagen. Aber das würde jetzt für mich nicht das Problem darstellen. Lässt mich Augen rollen, mehr nicht. Mein Problem sind eher diese MCU-artigen Slapstick-Sprüche und dieses Action-Vorsche. Hey, du weißt, wir werden auch Drachen angreifen. Oh, yeah, dann brauchen wir wohl jemanden, der so richtig schön die Drachen umhaut. Das ist meiner Meinung nach halt ein derart kindisches Verhalten und ganz klar aus dieser MCU-Filmlinie geklaut. Das kann man doch nicht einfach in so ein Spiel, was halt wirklich auf dunkle, ernste Themen aufbaut, hineinkloppten und sich denken, ja, das wollen bestimmt alle Fans der Reihe haben. Oder auch neue Fans, die vielleicht gar nicht wissen, was Dragon Age ist. Denn es wirkt ja dann auch irgendwo sehr kindisch und eben mit der Kombination von dieser abweichenden Grafik halt auch nicht professionell für ein Studio, was halt seit 30 Jahren wirklich super Hits produziert. Theoretisch, außer Ämpfe natürlich. Oh, und Mass Effect Andromeda. Da fällt mir bestimmt noch mehr ein, aber lasst uns einfach mal dabei stehen. In meinen Augen erklärt das halt das Like-to-Dislike-Verhältnis. Da sind natürlich auch wieder tendenziell Leute bei die EA einfach immer einen Daumen runter, da geben, da wollen wir nicht überreden. Das ist bei Ubisoft ähnlich. Aber es sind halt auch die noch Sky Gaker. Aber es werden auch Leute sein, die das wahrscheinlich neu irgendwie zu sehen bekommen haben. Oder auch Leute, die jetzt nach so einem Baldur's Gate 3 halt irgendwas in dieser Richtung erwarten, wo es halt doch irgendwo auch um Ernst-Themen geht, wo ein bisschen Humor okay ist, der aber auch irgendwo passen muss. Für mich ganz persönlich, auch als jemand, der jetzt neu hineinsteckt, weil ich habe ja dann seit Dragon Age 2 kein Dragon Age mehr gespielt, kann aber sagen, dass mich einfach diese Musik schon derart wegschmeißen würde, so rausziehen würde aus dieser Immersion. Auch die Farbgebung teilweise. Das sind für mich Dinge, die ich auch als ganz rationales Argument empfinde, da ein Dislike da zu lassen. Und nein, ich habe keins da gelassen für mich. Das könnt ihr im Faktions-Video nachgucken. Guckt euch alle anderen Videos an, lasst ein Like, ein Abo da, schaut bei Twitch vorbei. Ihr kennt das ganze Programm. Habe ich das schon klargestellt. Für mich ist BioWare tatsächlich nicht mehr existent. Seit N5 spätestens, wo sie gezwungen wurden, ein Live-Service-Game zu erstellen. Und versteht mich nicht falsch. Vielleicht sitzen dann manche Influencer jetzt davor und denken sich, geil, der nächste Shitstorm, der nächste schlechte Trailer. Ich sitze da nicht so vor. Ich denke einfach nur, BioWare ist halt eine so wertvolle Firma. Und ich finde es wirklich auch eine wertvolle Firma für das Kunstmilieu der Gaming-Industrie einfach. Ja, ich weiß, so einen Begriff gibt es ja eigentlich gar nicht mal, dass es eigentlich nur Konsum und Geld machen ist. Aber ich fand BioWares Werke damals, diese Core-Werke, und da gehört halt Dragon Age Origins, und zu Teilen auch noch zwei hinzu, die waren halt so wichtig für diese ganze Industrie, für diese ganze Kunstszene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und in meinen Augen ist das halt sehr traurig. Ich freue mich da ganz sicher nicht drüber. Das müsst ihr nicht denken. Aber ich sehe halt da auch keine Hoffnung mehr, dass es besser wird. Und ja, wir haben noch gar kein Gameplay. Das stimmt gar nicht, Zukunfts-Omni hier. Natürlich haben wir Gameplay und es sieht halt sehr, sehr, sehr Action-Adventure-mäßig aus. So in der Richtung von halt den MCU-Spielen, God of War vielleicht noch irgendwo. Halt sehr, sehr modern, aufgespiegst, wenig taktische Tiefe, was eben bei Origin-Detail war. Wie gesagt, ich mochte auch Dragon Age 2, aber auch da hatte man deutlich mehr Fähigkeiten, so wie es momentan aussieht. Es hat sich also ganz dem modernen Kurs angepasst. Was natürlich auch nichts Schlechtes sein kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Spiel schlecht wird. Ich denke aber nicht, dass es diese immersive Story-Tiefe erreichen wird. Obwohl ich es wie gesagt und wie ich es jetzt gleich nochmal sagen werde, BioWare natürlich gönne. Ich denke aber, es wird ein okayes Spiel. Es wird einige abholen. Es wird wieder mal spalten, wie immer. Das ist ja auch mittlerweile überall und nirgends so, was das eben auch nicht besser macht. Und es ist tatsächlich für BioWare das letzte Spiel. Das letzte Spiel. Wenn dieses Spiel nicht glückt, dann ist es vorbei. Da sind wir uns ganz einig. Also wer da eine andere Meinung hat, keine Ahnung, müsste mich überzeugen. Aber es ist so weit, dass BioWare seit so vielen Jahren, M4 ist jetzt auch schon wieder so lange raus, nichts mehr gebracht hat. Und jetzt haben sie ein Projekt draußen, wo sie den Namen vor ein paar Tagen erst noch geändert haben. Und das sagt ja schon einiges über die Produktion aus von diesem Spiel. Und wenn das nicht glückt, wenn das nicht für EA, und ihr denkt an EA, was sie für Erwartungen haben, wenn das nicht in deren Erwartungen so hoch verkauft wird, dann ist BioWare Geschichte. Und dann ist tatsächlich ein Stück dieser Kunst, den ich eben erwähnt habe, einfach weg. Und nochmal, denkt nicht, dass ich mich darüber freue. Wer sich darüber freut, der hat halt schon eine berufshafte Ader. Ich erwarte eigentlich gar nichts. Ich gönne aber jedem in BioWare oder dieser Firma, diesem Ideal der Firma zumindest, wenn es auch gar keine Leute mehr da sind, die vor 30 Jahren gearbeitet haben, dass sie wieder aufsteigen können, dass sie doch noch irgendwie weitermachen können. So wie es auch zum Beispiel so ein Blue Byte bei Ubisoft gönne. Aber das Problem ist, ich kann mich da nicht zu einer Hoffnung zwingen. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Studioschließungen, das Stellenabbauen der Firmen jetzt mal ansehen, und ja, wegen Corona-Kalkulationen, es sind Misskalkulationen, wenn ich was schließen muss und Leute auf die Straße setzen muss, das ist nun mal so, dann ist es ein wahres Problem, denn BioWare wird ja definitiv auf der Abschlussliste sein. Warum? Ja, weil EA schon deutlich gemacht hat, was es eigentlich von Singleplayer-Spielen hält. Und sind wir ehrlich, von Singleplayer-Spielen, außer halt dieses Star Wars-Spiel, die jetzt die letzten, hat EA auch nicht viel Geld gemacht. Und das heißt, ihre Erwartungen sind sehr hoch oder die Monetarisierung muss halt sehr hochgestellt sein. Und auch dann wird das Spiel nicht wieder so in dieser Authentizität sein, wie es halt vor, ja, 15 Jahren oder halt noch länger wie bei Baldur's Gate 2 oder so war. Und damit ist die Gefährdung für BioWare halt einfach ein absoluter realer Fakt. Ich kann halt sagen, dass es natürlich mit dem Anschluss an EA schon bergab ging, aber wie es jetzt momentan läuft, ist halt wirklich grausam, grausig und wirklich eine unschöne Situation, eben auch für BioWare, aber auch für die ganzen Fans von diesen Reihen, die BioWare so groß gemacht haben. Aber anders können wir jetzt nicht wirklich viel. Naja, was sagt ihr dazu? Ich könnte jetzt natürlich noch Jahrzehnte darüber quatschen, aber wir wollen es mal dabei belassen, was nicht zu sehr übertreiben, es ist ja erstmal nur ein Trailer. Könnt mir auch Meinung mal gerne in die Kommentare setzen, immer her damit, stimmt dazu, was habt ihr, wie seht ihr das, wie fand ihr den Trailer, wie fand ihr das Gameplay? Schaut uns gerne auch in diese Videos hier hinein, die euch vielleicht noch mehr von meinen Rants geben oder einfach ein Tutorial oder sowas, damit ihr euch entspannt zurücklehnen könnt. Ansonsten Like, Abo und wie gesagt, gerne mal bei Twitch vorbeischauen oder werdet auch Kanalmitglied, das würde mir auf jeden Fall helfen, weiter so einen schönen Rant rauszuhauen.